Herzlich Willkommen liebe Freunde der Musikschule. Wir begeben uns nun in die tiefsten Tiefen der Tonwelt. Ich darf nur die unterschiedlichen Tuben meiner Tuba-Familie vorstellen. Hier ist einmal ein Euphonium aus dem griechischen Eu und Phon, also ein Wohlklang und das klingt eben auch so fantastisch, eine Baritantuba. Dann habe ich hier eine Tenortuba, ein Tenorhorn. Das hier war die Kontrabass-Tuba und das hier ist die Bass-Tuba, das Solo-Instrument und darauf spielen wir euch jetzt das vor. Das hier war's. 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 Amen. Wenn es euch gefallen hat, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, seid beim nächsten Mal.